Hey Wanki, hast du gehört? Im Harz haben wir neue Schanzenzentrum. Habe ich gehört. Braunlager. Ja genau, WSV Braunlager. Perfekt. Das würde mich echt freuen. Schanzenzentrum ist super, es ist ja in der Nähe von meiner alten Heimat. Und von dem her hoffe ich, dass das klappt. Dass viel Nachwuchs aus der Region mit zu uns hochkommt. Ja und ich hoffe auch, dass ich, wenn ich nächste wieder aufpacke zum Skispringen, dass ich wieder einmal aufhabe. Also euch alles Gute! Danke!